Herzlich Willkommen, liebe Freunde des Genusses, liebe Freunde von Smokers Bellet und natürlich auch von Wills Wochen. Unser Genussticker sozusagen bereitet Ihnen wöchentlich wirklich schöne Themen aus der Welt des schönen Lebens. Sino Davida hat das ja immer umschrieben mit dem Good Life. Und dieses Good Life versuchen wir ja auch jede Woche in unserem Newsletter als auch hier bei Wills Wochen rüber zu bekommen. In dieser Ausgabe, der aktuellen Ausgabe der Kalenderwoche 14 bei Smokers Bellet, sind wir auf unseren, wie soll ich sagen, unseren neuen Macher dieser Branche auf Willy Knopf eingegangen. Willy Knopf war ein Mann, der das Leben lebt, das Leben liebt und auch genau diese Inspiration hat ihn dazu bewogen mit Laura Chavin, einer Premium-Marke im Zigarrenbereich, neu anzufangen, ein neues Leben einzuhören. Und über dieses neue Leben der Laura Chavin sprechen wir in der aktuellen Smokers Bellet Kolumne. Ja, dann steigen wir doch rein in die aktuelle Smokers Bellet Ausgabe und zwar mit der Kolumne und zwar mit der Kolumne mit Laura Chavin. Wir haben den Zigar Company Chef Willy Knopf gefragt und wir haben ihn gefragt nach seinen Planungen. Und die hat er, wie er uns berichten konnte, konsequent umgesetzt. Das neue Leben der Premium-Zigarren-Marke Laura Chavin hier bei uns bei Smokers Bellet. Unter Intro, das ist das, was ich am Anfang angekündigt habe, wir haben eine Idee. Wir wollen diese Idee mit dem Fachhandel umsetzen unter dem Motto, wir tun was. Ein Smokers Bellet Forum für den tabakwaren Fachhandel, aber auch letztendlich für Sie, für die Aficionators. Mitmachen und Gewinnen. Ja, Segel setzen und Gewinnen heißt es bei Carlos André Kastloff. Also eine Entdeckungsreise, eine Entdeckungsreise zur Zigarre, eine Exkursion in neue Geschmacksfelden und natürlich ein Ausblick auf unser Gewinnspiel mit dem Hause Arnold André. Dann kommen wir zu schon entdeckt. John Ellsbury, der Frühling kommt mit spannenden Aromen. Das John Ellsbury Frühlingshighlight des Jahres 2020. Kreative Dose, aromatischer Inhalt. Und der Top auf der Weg? Ja, das haben wir letzte Woche im Wildswoche schon mal angekündigt. Da geht es zum Habanussee 2020. 5LU lädt zum 7. Habanussee nach Schloss Böckeburg ein. Der Termin steht im Oktober. Natürlich denkt man auch schon an einen Ersatztermin. Der Hingucker der Woche? Ja, das ist ein Bericht zum Davidoff Masterblender. Und dem hat Davidoff das Wort gegeben. Die Kunst des Blendings, ein traditionelles Handwerk und eine wahre Kunst zugleich. Ja, dann kommen wir zu Trinks and More. Da gibt es nur noch wenige Tage unser Aktionsangebot mit dem Sherry Kastgrom in limitierter Menge. Ja, und da sollten Sie sich wirklich nochmal schnell umschauen, bevor diese Aktion zu Ende ist. In unserem Media Center weisen wir nochmal auf die Kolumne der vorherigen Woche zurück. Das war eine Wegbildkolumne. Und die haben wir mit der Quarte und der Amuri Genuss-Kampagne durchgeführt. Einfach nochmal reinhören, was der Quarte alles zum aktuellen Ablauf in der Tabakbranche zu sagen hat. Veranstaltungen, ja, ein bisschen weniger zur Zeit. Alles, was geplant war, ist studiert. Und dennoch weisen wir auf unsere Artikel unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Und natürlich haben wir auch einen VIP-Partner der Woche. Das ist die Stefanie Tabak und Zigarren in der Bahnhofstraße 17 in Passau. Das ist der Habanus-Spezialist des Jahres 2019. Und das Ganze finden Sie natürlich auch unter einer Website www.zigarre.de. Okay, das waren sie dann, die aktuellen Themen der Smokers-Belt-Ausgabe der Kalenderwoche 14. Kommen wir nochmal auf The Good Life, auf das schöne Leben, was uns der Zino Davidov ständig zelebriert und präsentiert hat. Aber in diesen Tagen nicht ganz einfach rüber zu bekommen. Und dennoch denke ich und denken wir in der Redaktion, hinterm Horizont geht's weiter. Das hat uns ja Udo Lindenmark schon mal vorgesungen. Aber ich glaube daran, wenn der Spuk mal vorbei ist und wir den Modus langsam wieder umlegen können, dass wir auf Erfolgsspur fahren, dann haben wir wieder Spaß daran. Das wird nur langsam der Fall sein. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Tabakwaren-Fachhandel und die Kommunikation zum Endverbraucher, zu Ihnen, den Aficionados, wirklich neu konzipieren können, neu auf den Weg bringen können. Das ist nicht ganz einfach in dieser Zeit. Man weiß nicht, welcher Laden, welches Geschäft zu welcher Zeit geöffnet hat, ob überhaupt geöffnet, wie auch immer. Und dazu werden wir in den nächsten Tagen mit der Industrie, mit den Verbänden und allen Beteiligten dieser Branche sprechen, damit möglichst viele Informationen auf unserer Plattform, unserer neuen Plattform Wir-Tun-Was kommen. Wir-Tun-Was ist nicht das, was wir tun, sondern das, was die Händler tun. Die Händler wollen etwas tun, sollen etwas tun. Die Kommunikation zu Ihnen, liebe Konsumenten, soll neu aufgebaut werden. Und das in diesen Zeiten. Wir glauben daran, dass das gut wird. Wir haben wirklich auch die ersten positiven Rückmeldungen. Wir bleiben am Ball und natürlich leben wir auch in diesen Tagen das Leben, wie mit dem Knopf, das uns auch vorlebt. Wir bleiben am Ball und freuen Sie sich im Genuss. Bleiben Sie fit und bis zur nächsten Ausgabe von Wilds Woche.